Zwei neue Aino-Sorten, der Aino Strong P, ganz ganz neu, kommt jetzt erst raus und der Don-App von Aino auf Virginia. Wir kennen ja auch schon aus der Strong-Reihe, da wo jetzt auch der P reinkommt, den Doppelapfel und denselben hat Aino jetzt eben auch nochmal auf einem Virginia rausgebracht. Wir gucken uns heute beide an und anfangen werden wir mit dem Strong P. Den habe ich jetzt schon über ein Stündchen im Köpfchen drin, habe auch schon diverse Prototypen geraucht, den auf Events geraucht. Also den habe ich auf jeden Fall schon häufiger probiert und jetzt mein kleines Fazit dazu. Ich muss direkt mit der Tür ins Haus fallen. Es gibt Tabacke, die kannst du sehr, sehr gut solo rauchen und es gibt Tabacke, die kannst du sehr, sehr gut mischen. Und dann gibt es den Strong P. Und für mich ist der Strong P ein Tabak, der bei mir ausschließlich zum Mischen da ist. Ich habe ihn jetzt pur im Köpfchen, aber das schickt mich einfach nicht weg. Also wenn ich mir den alleine in den Köpfchen mache, ist das ultra unbeeindruckend. Aber, und das muss ich direkt dazu sagen, ich persönlich finde den Tabak trotzdem übertrieben geil. Nur weil ich den niemals pur rauchen würde, heißt das nicht, dass ich den nicht gut finde. Weil der P in so vielen geilen Mischungen mit am Start war und in Mischungen so krass viel dazu gibt, dass ich trotzdem ultra froh bin, dass der jetzt am Start ist. Also es ist ein weirdes Review zu diesem Tabak, wo ich eigentlich erstmal sagen muss, naja, so wie ich den jetzt probiere, ja, Physalis ist schön authentisch getroffen, aber alleine gibt die mir nicht so viel. Und ja, da ist noch so eine Schwarztehnote dabei und die ist auch ganz nett. Wo ich eigentlich erstmal denken würde so, das klingt jetzt nicht so geil. Und das stimmt auch, solange du den halt pur rauchst. Weil die Physalis- und Schwarztehnote schickt dich da erstmal nicht komplett weg. Aber, wenn du den in den Mix mit reinmachst, die Schwarztehnote gibt nochmal richtig gut was dazu. Und die Physalis-Note ist wieder so eine Frucht, die fast jeder kennt, aber definitiv nicht aus dem Shisha-Bereich kennt. Ne, das sind immer diese kleinen Früchte, die oben noch so am Cocktail mit dranhängen. Und das ist auch schon der Pi für mich. Für Salis und schwarzer Tee, pur, wird man den bei mir niemals sehen. Gut, ich rauche sowieso fast nie pur. In einem Mix wird der sehr, sehr oft zu sehen sein, weil das einfach eine richtig geile Note noch mit dazu gibt. Und den kannst du eigentlich bei fast einem fruchtig-frischem einfach nochmal mit reinklatschen. Und das ist wirklich ultra, ultra geil. Vom Rauchverhalten her ist das der Strong. Wir hatten ja schon das Review zu den Strong-Sorten. Der ist ordentlich stark, nahezu so stark wie ein Must-Age oder ein Blackburn. Schnitt und Feuchtigkeit passt, das zeige ich euch gleich noch. Aber vom Rauchverhalten her auch wunderbar. Man merkt einen ganz, ganz leichten Throat-Kick, so wie das aber meiner Meinung nach bei einem Tabak, der in der Dark-Blend-Line sogar noch den Strong-Titel bekommt, definitiv auch sein muss. Also da bin ich persönlich, so wie der ist, sehr glücklich mit dem. Und so sieht die Dose aus, wenn wir das Ganze aufmachen. Wir sehen ganz, ganz wenig Ästchen. Wir sehen eine richtig schön dunkle Farbe. Manchmal leuchtet so das eine oder andere Blatt ein klein bisschen dunkelbraun durch. Aber man sieht natürlich sofort, das ist ein Dark-Blend. Da hatten wir jetzt mal ein kleines Ästchen. Aber Overall-Tabak-Qualität sehr zufriedenstellend. Ich habe auch bei dem Pi jetzt irgendwie das Gefühl, dass der weniger klebrig ist als so manch andere Eino-Sorten. Eino ist ja manchmal in der Dose etwas sehr klebrig, was zum Glück kein großes Problem ist, wenn du den dann so hier an den Dosenrand legst und dann einfach locker fluffig rüberschnickst in deinen Kopf, dann ist das alles wunderbar. Also es stört nicht beim Kopfbau, aber es fällt manchmal auf, dass Eino eben ein kleines bisschen klebriger ist, wenn der hier in so einer Dose liegt. Aber die guten Nachrichten sind, beim Pi ist das weniger der Fall und es stört auch nicht großartig beim Kopfbau. Ja, also Tabak-Qualität wunderbar. Feuchtigkeit finde ich bei dem Eino Strong generell sehr, sehr gut getroffen. Also du hast sehr viel Produkt in der Dose, weil der Tabak nicht übermäßig feucht ist. Der ist mehr als feucht genug, um gut zu rauchen und gut zu schmecken und lange zu halten. Aber er ist einfach optimal. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich Eino Strong würde ich sagen, hat die perfekte Feuchtigkeit. So, dann bauen wir uns als nächstes den Don-App, also den Doppelapfel von Eino auf einem Virginia. Also das ist der Virginia. Aber sein großer Bruder, sag ich mal, der ist ja schon ein bisschen früher rausgekommen. Der hier, der Don-App auf dem Eino Dark Blend in der Strong-Variante. Weil es aber sehr, sehr viele Leute gibt, die sehr gerne Doppelapfel rauchen, aber nicht unbedingt auf einem Dark Blend rauchen möchten, hat Eino den Flavor jetzt auch nochmal in der Virginia-Line rausgebracht. So, der liegt jetzt erstmal sehr geklumpt hier drin. Rühren wir das Ganze erstmal ordentlich um und vermischen einmal. Aber was auf jeden Fall direkt auffällt, ich sehe einige Blattadern. Das hatte Eino auf jeden Fall schon mal besser im Griff, als das jetzt hier bei dem Doppelapfel der Fall ist. Im Großen und Ganzen würde das natürlich nicht stören oder also nichts Schlimmes sein. Aber wegwünschen würde ich mir die trotzdem, wenn das ginge. So sieht der aus. Den bauen wir uns jetzt in der Cosmo Turkish. Stellen wir mal auf die Waage, machen die Waage auch an, mit Köpfchen drauf, dann sind wir direkt genullt. Und so meinte ich das eben auch bei dem Strong P. Ist vielleicht ein bisschen klebrig, aber dann legst du den hier an den Dosenrand und dann schnickst du das einfach hier so rüber. Möglichst einzelne Flöckchen so. Ist jetzt nicht Flocke für Flocke, aber dass das Ganze halt eben schön fluffig da rüber in den Kopf geschnickt wird. Und dann machst du das so weiter, bis du ungefähr die Menge an Tabak in deinem Köpfchen hast, die du in deinem Köpfchen haben möchtest. So, dann bei Merloch auch nicht zu viel Wissenschaft draus machen. Kleines bisschen zurechtlegen, dass das ungefähr gleichmäßig ist. Ohne viel Druck arbeiten. Ihr wollt das nicht krass komprimieren. Ihr wollt, dass die Luft dann noch richtig schön durchkommen kann. Dann muss man auch kein Loch in der Mitte machen, wenn man das nicht zu sehr anpresst. So, und das war es dann auch schon für das Merlochköpfchen. Easy, schnell gebaut. 18 Gramm sind jetzt drinne in der Cosmo Turkish. Wunderbar. Dann machen wir uns den gleich an und dann gucken wir mal, wie er ist. Freunde, unser Kopf hat eine wundervolle Reisetemperatur von 101,9 beziehungsweise 102,1 Grad erreicht. Wir haben ihn also angeraucht. Und angeraucht haben wir ihn. Ich sitze hier mit einem Grinsen. Ich habe vorhin noch gesagt, eigentlich habe ich keine Doppelapfelphase mehr. Dann nehme ich die ersten paar Züge von dem Doppelapfel. Doppelapfelphase. Also mal gucken, ob da komplette Phase draus wird. Aber es ist geil. Es ist einfach geil. Ich habe es eben schon zusammengefasst mit. Für alle, die den I know Strong Doppelapfel kennen. Es wirkt wirklich so, als hätten die genau dieselben Aromen, genau dieselbe Komposition an Molasse und Aromen genommen. Und anstatt das auf einen Dark Blend zu kippen, haben die das genommen und haben das auf einen Virginia gekippt. Und das ist das, was wir dabei rauskriegen. Rauchentwicklung. Wunderbar. Und Meerloch, ne? Wunderbar. Kannst du dich nicht beschweren. Du hast sofort diese geile Süße von einem Doppelapfel in der Fresse. Sogar noch einen Ticken mehr. Also Virginia hat ja einen Virginia Tabak. Der helle Tabak hat ja etwas mehr Zucker als ein Dark Blend. Dadurch schmeckt er natürlich auch etwas süßer. Das ist einer der minimalen Unterschiede, die ich im Geschmack zu dem Dark Blend zusammenfassen kann. Er ist ein Ticken süßer. Er hat einen Ticken weniger Grundtabakgeschmack. Also er schmeckt mehr nach dem Doppelapfelaroma, weniger nach Grundtabak. Das ist halt bei Dark Blend nun mal einfach so, dass man den Grundtabak einfach ein bisschen mehr mit rausschmeckt. Du hast direkt eine krasse, vollmundige Süße in deinem Mundraum, die seinesgleichen sucht. Du hast das Anisaroma. Es ist ein Doppelapfel. Doppelapfel ist eigentlich ein fruchtig süßer Anistabak, wenn man so möchte. Zu denken, dass das nach einem Apfel schmeckt, ist eigentlich immer falsch. Ich weiß immer noch nicht, wo dieser Name herkommt. Wenn irgendjemand eine Erklärung hat, schreibt mir die gerne mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, warum Doppelapfel Doppelapfel heißt, weil mit einem Apfel hat es eigentlich nicht so viel zu tun. Das ist eigentlich eine fruchtig süße Anisrichtung. Eine krasse Süße im Mundraum, eine geile Anisnote. Das ist ein astreiner Doppelapfel. Ein astreiner Doppelapfel. Genauso wie der Dark Blend. Mit einem Ticken weniger Grundtabakgeschmack und einem Ticken mehr Süße. Aber einfach krank. Die Süße im Mundraum, das leicht taube Gefühl, was man bei einem guten Doppelapfel einfach haben muss. Klingt komisch, aber jeder, der oft Doppelapfel raucht, wird genau wissen, was ich meine. Das ist überragend. Also ich war ja schon, wie gesagt, mit dem Dark Blend zufrieden. Und ich bin es auch absolut mit dem Virginia. Ich persönlich werde bei dem Dark Blend bleiben, weil mir das genauso gut gefällt. Und ich eben noch ein bisschen mehr von dem Nikotin bekomme, was ich gerne hätte. Aber wenn man das nicht will, ist das auf jeden Fall eine tolle Alternative zum Dark Blend. Also ich glaube, eine gute Entscheidung, dass einer den auch noch auf einem Virginia rausgebracht hat. Zusammenfassung am Ende. Der Pi, für mich eher zum Mischen. Trotzdem überragende Sorte. Solo, aber sehr schwach. Bin trotzdem froh, dass er da ist, weil zum Mischen ist das absolut geil. Und der Doppelapfel ist eine wunderbare Edition bei Aino, weil sie haben bewiesen, sie können Doppelapfel. Und jetzt auch noch einen Doppelapfel zu haben, für alle, die nicht so viel Nikotin haben wollen, wie bei Aino Strong eben am Start ist. Ist eine geile Nummer.